Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für einfache Zwiebelsuppe. Die einfache Zwiebelsuppe verzichtet auf das Shishi anderer Zwiebelsuppen-Rezepte und eignet sich hervorragend als wärmende Vorspeise für ein einfaches Abendessen oder als Gruß aus der Küche. Für zwei Personen werden folgende Zutaten benötigt. Rote Zwiebel Ein Teelöffel gekörnte Brühe 400 ml Wasser Olivenöl Salz und Pfeffer Folgende Utensilien werden benötigt. Topf Pürierstab Messer Schneidebrett Wasserkocher Zubereitung Das Olivenöl im Topf erhitzen. Die Zwiebel pellen und in halbe Ringe schneiden. Die Zwiebelringe 5 bis 10 Minuten schmoren. Das Wasser zum Kochen bringen. Mit dem Wasser aufgießen, salzen, die gekörnte Brühe dazugeben und kurz köcheln lassen. Die Suppe pürieren, sodass noch ein paar kleine Zwiebelstückchen erkennbar sind. Mit Pfeffer abschmecken und servieren. Als Beilagen eignen sich Wurzelbrot Mit Käse überbackener Toast. Diese Varianten gibt es. Kategorie Zwiebelsuppen Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!